hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren partie in splatoon 2 online ich habe ja leider schon eine aufnahme gemacht aber die habe ich aus versehen gelöscht fragt mich nicht warum gerade auch noch am anfang ist es so wichtig aber jetzt muss ich halt leider wiederholen und ich hatte mal wieder eine lackrunde im rankampf durch gewascht bis zum geht nicht mehr gegner hatten keine chance und wir hatten gewonnen toll und ich war bis zum ok balken was wenigstens jetzt ok ist aber ja toll ich darf noch mal machen eigentlich kein bock drauf wenn ich ehrlich bin aber okay gut ich habe ja nichts besseres zu tun ja gut ich sehe auf jeden fall neues blatt fest frühstück kalt oder warm ist ganz nice besser als das klopapier von vorn oder von hinten und ja neue waffe den roller testen habe ich noch nicht freigeschaltet muss ich noch aber ich habe den normalen dünner roller den spielen wir ein zweites mal weil ich ja den ja schon in der ersten aufnahme schon gemacht hat und ja pokazos geht man ist jetzt auch am start wurde ja schon mehr oder weniger auch schon etwas früher angepriesert und ja dann ja einmal standardkampf einmal rankampf passt auf jeden fall und ja würde ich sagen bis gleich zum standardkampf gut dann ein weiterer versuch gleich im pokazos skatepark ich muss so tun als war das alles neu für mich naja eigentlich nicht ich habe das sogar in der in der früh gleich sogar gemacht für ihn da früh 4 früh ok ich muss gestehen ich war noch hellwache also von daher passt das schon ja die suizeit eigentlich immer so und dem recht viele leute eigentlich fänden aber es war mir sowas von der rille aber dabei da fühlt sich cool ja fühle ich cool dann rolle ich schalte um das tut mich doch nicht der kriegt nur hits ab was soll das ja kommt okay bei der ersten aufnahme habe ich mich jetzt etwas behinderter angestellt vielleicht kommst du nur auf die gegner drauf an wie die sich so anstellen keine ahnung das liegt da ja läuft sogar jetzt etwas besser ja lol wie geil machen wir es halt so ja als ob double kill nein ich habe mich nicht drauf geachtet mit dem sniper scheiße aber ich muss sagen ich bereue es doch nicht es ausversenken gelöscht zu haben es läuft sogar etwas besser cool nein ich komme nicht mehr raus geben dass wir da weg ich hatte übrigens mal wieder bock auf facecam gerade weil zwischen zwei ist es immer so eine sache ich eskaliere komplett what's going on hier und hier war einer ja geil komm warm in your face okay habe ich leider leider nicht getötet nein sniper ich will gar nicht wissen wie viele kids bis jetzt waren bis jetzt auch paar assiste dabei die leider mitzählen was ich bisschen komisch finde aber schon ob sie noch bekommen glaube ich zwei jahren nicht schade da war ja schon weg gewesen ja haben wir auf jeden fall safe gewonnen jetzt jetzt bin ich auf die kids gespannt und alter eskalation überhaupt und und 11 kids 11 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 12 13 12 12 11 11 12 12 13 So, da sind wir hier nun in der Burkelwal-Piste, in Operation Goldfisch, genauso wie in der ersten, aber bin wir gespannt, ob als zweites Abfallkreis der Skatebug drankommt. Alle miteinander ran, farm in your fucking face. Ah, scheiße, ah, verdammt, 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 ich will ja auch nicht nur die ganze Zeit mit dem Teil nach vorne schwimmen, ich will auch ein paar Leute auch damit killen, weil, ja, komm du mich auch von oben, ne, ist klar. Wahrscheinlich, ne, wahrscheinlich, kann man ja mal ein bisschen mal die Ulti auffüllen. So nebenbei, ne, so ein bisschen. Na, jetzt, jetzt muss man der OBS so rumlecken, um sich wieder cool zu fühlen. Also, ich wollte schon mal, wenn du die Ulti zünden, also, wie es rumleckt, ob er so auf bin, ne, scheiß, aber wenigstens dennoch ein Double kill gezogen, damit ja auch geil, ne. Haha, ja, nice. Wir folgen dir auf Schritt und Tritt, weil wir doch nicht so eine gute Entscheidung. Ich hätte mir noch ein Kill gemacht, ja, geil. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich da jetzt auf einmal kurz gut bin oder so, dass ich damit bin, dass irgendwie, das ist jetzt, weil der neue Main ist, ne, 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 ne. Schade. Ey, komm, ja, ist klar. Ne, der Ense, wahrscheinlich. Also, bis jetzt liegen wir noch gut mit der 27, aber die kommen jetzt wieder hier näher. Das ist jetzt auch nicht so geil. Nein! Verdammt, Mann! Jetzt eskalieren sie komplett oder was? Oder wie hier oder was? Ja, ist klar, betreibt noch mehr! Ja, ist klar, gut! Ja, komm, mach ich so. Wenn's nicht anders geht, machen wir's so. Komm, versucht wenigstens. Könnt euch... Ja, nochmal nach oben hier, komm. Geht alle nach oben. Pist euch weg, ey. Ja, nice, ne. Na, scheiß drauf. Einfach hier weiter nach vorne, komm. Scheiß Sniper, verpiss dich, Alter! Was soll das scheiß? Ja, komm, ey. Okay. Erzähl das da noch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ist klar, wahrscheinlich. Wir müssen wenigstens noch unsere 27 behalten, ne. Wir haben noch anderthalb Minuten ungefähr. Ja. Ja. Trotzdem, selbst mit Schild one-hitten. Alter, das Ding OP. Ne, 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 ne. Scheiß Sniper, ey. Scheiß Sniper! Junge! Reiß dich! Ich klatsche ich klein. Oh, wie soll wir das hier vorne sehen, Mann? Komm, ich versuche mich jetzt mal dran. Ja, komm! Jaaaaaaah, nice. Wir haben es euch gegeben, jaaaaah. Hehehe. Geil, geil, geil! gut und es war sogar erst die erste runde toll es kann mir so vor als wäre das schon die zweite runde gewesen alter aber acht geht aber ich glaube da waren ein zwei aussätze aber so wieder dabei oder fast normale acht kette ich weiß gerade nicht aber geil es läuft viel besser als in der augen aber also ich bereue ich schon mal gar nichts ja geil dann ja eine runde vielleicht noch mal bocas das geld pack mal schauen ja wenn es genauso gut läuft jetzt in dieser habe ich auch nichts zu verlieren ja also in der letzten runde werden wir schon sehen na gut dann halt leider noch mal buckelwall piste aber ja gut wir haben ja schon einmal ja schon und kreis das geld pack gesehen als es ist ja nicht so schlimm nur bs aufzulecken du dreckstück dankeschön wieder nach vorne pushen hat das variiert einmal gekillt ist ich weg auf der weg man ja ging eigentlich sogar so einfach so dann geht das schon ach kommt soll das scheiß ja jetzt wird das so richtig asozial alle wieder doch so krass nach vorne pushen ist klar ein mann was soll das scheiß hier kommen alle es kann nicht sein es kann einfach nicht sein das ist wirklich manchmal ich kann es oft genug sagen wie ich will lach einfach nur lach bei der beinung bleibe ich dabei ne was für ein scheiß ende na gut egal ich bin über diese ok markierung mehr wollte ich nicht hören und ja wenn es euch trotzdem gefallen hat gerne ein darm hoch stell dich scharf du facecam drecksteil ja daumen hoch gerne abonnieren wenn ihr wollt und ja bis eine weiter portiert ins platten 2 online tschau leute machts gut tschau 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 tschau